Ich bin dazu gekommen, weil eine gute Kollegin gearbeitet hat, bei der AO Foundation und sie kennt meinen Chef sehr gut. Und als ich angefangen habe mit Schnupperlehren zu suchen, hat sie gesagt, ja geh doch mal hier auch schnuppern als Polymechaniker, hat sie mir etwas erklärt, was ich machen will und hat mich ziemlich angesprochen gehabt, habe mich nachher gemoldet und bin nachher zu schnuppern. Ich war einfach immer der, der nicht still sitzen kann. Ich muss immer etwas mit den Händen machen und darum hatte ich auch ein Töffel und dann dort etwas hochgeschraubt. Das Technische, das hat mich schon immer interessiert. Egal wo, bin ich immer der, der gesagt hat, ja komm ich hilf dir und auch selber etwas probiert. Das habe ich einfach wichtig gefunden, dass ich selbstständig technische Sachen erledigen kann, ohne die Hilfe des Vaters oder sonst irgendjemandem. Ich bin nicht viele Berufe anschauen. Zum Beispiel bei meinem Vater war ich. Er hat ein Baugeschäft. Als Maurer habe ich wollen schauen. Ich habe mich nachher für die AO entschieden, weil es hat einen Unterschied von der Technik her. Weil das ist wirklich Technik eigentlich. Mit Maschinen, mit von Hand auch viel. Und darum habe ich mich nachher für die AO entschieden. Ich bin in den Betrieb gekommen und eigentlich vom ersten Tag an haben sie mir das Zeug in die Hand gedrückt. Dann haben sie gesagt, los. Am Lehrmeistern Ziel war eigentlich, dass wir einfach alles selber etwas herausfinden. Weil dann lernt man es am besten einfach. Nach der Lehre als Polymechaniker kann man sehr, sehr viel machen. Weil zum Beispiel wir an der AO tun Implantate als Metall herstellen. Aber es gibt natürlich auch Polymechaniker, die Schiffsschrauben herstellen oder für Autoteile. Die ersten zwei Lehrjahre sind Basisausbildung. Dort lernt man einfach allgemein in die Maschinen arbeiten. Von Hand auch viel. Und nachher im dritten Lehrjahr ist individuelle Ausbildung. Einfach jetzt zum Beispiel eben wir bei der AO lernen dann die Implantate zu fertigen. Und im vierten Lehrjahr wird man sich auch auf die LAP vorbereiten. Und dann arbeitet man voll auf dem Gebiet, das man im Betrieb hat. Die Lehre als Polymechaniker hat sich sehr positiv auf mein Privatleben ausgewirkt. Ich habe geregelte Arbeitszeiten. Ich bin halt so ein Mensch, der sehr offen ist und sehr gerne mit Kollegen etwas macht. Und jetzt ist seit neuestem das Bowlingcenter offen. Und ja, das finde ich einfach cool. Man kann dort sein, man kann ein bisschen bowlen. Man kann auch sonst einfach eins trinken mit den Kollegen. Das ist wirklich cool. Ich habe sehr gerne Freizeit. Darum musste ich einen Lehrplan machen für mich selber, dass ich mich wirklich auch daran halte, dass ich eine Stunde lerne am Tag. Ich lerne eine Stunde und dann habe ich meine Freizeit. Also ich will nach der Lehre sicher mal ins Militär. Und nachher gehe ich zwei Jahre auf Rom in die Schweizergarde. Und nachher stehen wir sowieso alle Türen offen. Vor allem mit dem Abschluss als Polymechaniker und mit der Schweizergarde kann ich nachher ziemlich viel machen. Ich kann die Lehre ganz sicher weiterempfehlen. Es ist wirklich eine gute Lehre. Man hat nachher sehr viele Möglichkeiten zum Weiterbilden. Aber nur schon die Grundausbildung, die vier Jahre sind wirklich gut.